Hey yo, hier haben wir den Keyboarder von 5.1. Dein Name? Schwarz Tobias. Seit wann bei 5.1? Oh, seit fünf Jahren. Fünf Jahre mit der meine Show. Gründung von der Band. Okay, du bist schon Gründungsmitglied. Ja. Welchen, seid ihr alle noch zusammen? Nee, also der Jogi ist am Schlagzeug dann gegangen und dann haben wir den Christoph Gehn dazu bekommen. Ja. Sehr guter Schlagzeuger. Dann haben wir noch den Bassisten, der konnte dann aus beruflichen Gründen nicht mehr weitermachen und hat dann auch das Handtuch geschmissen und dann haben wir Gott sei Dank den Jonas Jannet dazu bekommen und jetzt sind wir in neuer Formation und spielen jetzt seit drei Vierteljahr, üben wir und heute ist der erste Auftritt. Also wieder Proben, Proben, Proben mit den neuen Musikern, ja. 28. Mai ist Maimarkt. Okay. In der Muschel ist im Juni, wo wir dabei sind. Ja. Sehr schön. Stadtfest ist noch, fraglich, weil es dann einfach so viel wird. Mal schauen, ob noch eine andere Band sich anmeldet. Aber es macht immer noch Spaß. Sau geil. Was habt ihr neue Titel im Gepäck? Revolverheld machen wir jetzt viel. Wir machen viele deutsche Lieder jetzt auch und ja, komplett umgekrempeltes Set jetzt. Nix mehr Altes. Okay, geil. Also pro Probe, ich sage immer wieder, der, der probt, der kann schon nix an Scheiße anrichten. Ja. Schöne tolle Geschichte. Okay. Du darfst grüßen. Bitteschön. Ich grüße alle, die mich kennen. Ganz einfach. Ja. Und ich grüße alle 5.1 Fans. Und euch Bandmitglieder auch. Jawohl. Ich grüße alle, die Leute, die Leute, die Leute.